Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich mit euch über Foundry Version 10 sprechen. Die neue Version steht vor der Tür und in diesem Video möchte ich euch darauf vorbereiten, was ihr tun könnt, um euch ein bisschen auf Version 10 vorzubereiten. Grundsätzlich ist es so, wenn ihr den Vollclient installiert habt, habt ihr hier eingestellt, dass der Aktualisierungs Kanal auf stabil steht. Das bedeutet, ihr bekommt, wenn Version 10 als stable, stabile Version raus ist, eine Benachrichtigung. Kleine Warnung vorab, installiert dann nicht direkt drüber. Achtet darauf, dass wenn hier das Ausrufezeichen kommt, ihr nicht blind auf aktualisieren drückt, denn ich zeige euch in diesem Video, was wirklich wichtig ist und was zu beachten ist, bevor ihr auf diese Version geht. Denn alle Spielsysteme und Addon Module müssen erst auf Version 10 angepasst werden. Das heißt, nur weil die Foundry Version stabil draußen ist, heißt es nicht, dass euer Spielsystem und euer Addon Modul für Version 10 kompatibel ist. Ich nehme mal das Beispiel Pathfinder. Wenn ihr Pathfinder auf Deutsch spielt, mit dem deutschen Modul, dann muss sowohl das System Pathfinder für Version 10 kompatibel sein, als auch dann eine aktualisierte Version dieser Übersetzung, dieses Übersetzungsmoduls. Es gibt ein Modul, was ich euch jetzt zeigen will, was euch das Ganze ein wenig erleichtert. Ihr solltet euch aber nicht komplett in Sicherheit wiegen. Das ganze Modul heißt Modul Compatibility Checker. Okay, jetzt habe ich es. Wenn ihr das Modul installiert habt, dann seht ihr schon, habt ihr hier eine kleine Farbgebung in der ganzen Modulliste. Rot bedeutet, ist noch nicht kompatibel. Grün bedeutet, ist kompatibel und grau bedeutet, kein Status bekannt. Es gibt noch weitere Farben hier drin. Das könnt ihr zum einen, hier haben wir zum Beispiel Gelb. Ihr könnt eure Modulliste jetzt einfach überfliegen und schon mal entscheiden, wenn ich jetzt auf Version 10 gehe, will ich mindestens die Module, die ich einsetze und verpflichtet behalte, auf grün haben, weil die kann ich einsetzen und das sollten. Es wurde zumindest getestet. Das heißt nicht, dass es keine Fehler mehr gibt. Ihr habt jetzt auch schon in Version 9 noch gewisse Fehler in Modulen. Ich glaube, das bleibt gar nicht aus. Aber bei grauen, gelben und roten Modulen werdet ihr viel eher Gefahr laufen, dass ihr auf Fehler oder Probleme stoßt. Deshalb solltet ihr, wenn ihr umsteigen wollt, vor Ort checken, sind die Module, die für mich wichtig sind, schon auf grün. Dann könnte ich einen Umzug in Erwägung ziehen. Ich selber nutze zum Beispiel auch den Umstieg, um nochmal meine Module zu rekapitulieren. Brauche ich das überhaupt? Habe ich das eingesetzt? Und wenn nein, fliegt es in Version 10 erstmal wieder raus. Ihr werdet ja merken, ob ihr es vermisst oder nicht. Zusätzlich zu dieser Liste gibt es hier unten noch den Punkt Module Compatibility Checker, was euch nochmal eine andere Übersicht bietet. Hier als Tortendiagramm aufgelistet. Hier nochmal farblich auch für mich ein bisschen einfacher zu sehen in dieser Unterscheidung. Ihr könnt hier oben auch Filter setzen. Also die, die funktionieren, wollt ihr jetzt nicht sehen, sondern erstmal checken, welche könnten nicht funktionieren, welche machen Probleme. Diese ganzen Daten greifen auf ein offizielles Spreadsheet zu. Das könnt ihr öffnen. Ich ziehe das mal hier rüber. Da könnt ihr auch nochmal gewisse Kommentare und so nachlesen, wenn ihr euch unsicher seid. Also hier sind zum Beispiel die Spielsysteme drin, die unterstützt werden und welchen Status die haben. Da solltet ihr vorab auch nochmal reingucken. Also das könnt ihr alles jetzt machen, ohne vorher zu updaten. Holt ihr euch dieses Modul und guckt einmal durch, passt das oder passt das nicht? Kann ich das riskieren umzusteigen oder nicht? Wichtig ist, dass selbst bei grünen Modulen da steht Package works without issue or an updated Version is available. Das bedeutet, dass hier nicht mal die Garantie drin ist, dass ihr komplett fehlerfreie Module bekommt. Es wurde ein Update gemacht bei Version 10, es wurde getestet und es gab auch Rückmeldungen und Fehlerkorrekturen. Aber das heißt nicht, dass auch die grünen komplett fehlerfrei sind. Ihr müsst echt ein bisschen schauen, wie schnell kommt euer Systemupdate, weil das ist das A und O. Wenn euer System nicht geupdatet wurde, was ihr verwendet, dann braucht ihr auch nicht auf Version 10 gehen und wollt ihr wirklich das erste Systemupdate auch mitnehmen mit eurer Runde. Gerade wenn ihr in der laufenden Kampagne seid, die nächste Woche weitergeht, dann macht auf keinen Fall jetzt kurzfristig ein Update. Verschiebt das noch eine Weile zur Not. Vernetzt euch mit der Community. Ich werde mal einen Link zum Foundry Discord Server, zu dem großen Foundry Discord Server auf Englisch posten oder in die Videobeschreibung packen. Dann könnt ihr euch da vielleicht noch mal austauschen und fragen, wie sieht es denn um mein System aus? Wie ist gerade der Stand, wenn ihr da nicht sowieso schon vernetzt seid? So, das ist die erste Vorbereitung, die ihr machen solltet. Also einmal checken, wie sieht es um meine ganzen Module aus? Die nächste Vorbereitung ist, ihr macht ein Backup. Ich habe dazu ein Video gemacht. Das könnt ihr euch hier oben einmal genau anschauen. Da habe ich ein paar mehr Details drin, als ich sie jetzt ausführe. Trotzdem zeige ich euch einmal ganz kurz, was ihr machen solltet. Ihr geht hier in die Konfiguration und seht hier eure Nutzerdatenfahrt. Das ist da, wo eure Nutzerdaten sind. Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wie euer Foundry installiert ist. Das hier ist jetzt ein Vollclient, also eine vollwertige normale Installation. Es gibt noch die Node.js Version. Ihr könntet einen Server haben oder so. Also ihr müsst herausfinden, wo eure Nutzerdaten sind. Dann geht ihr in diesen Ordner. Das ist bei mir hier. Und ganz wichtig zu sichern ist der Data Ordner. Das ist eigentlich der wichtigste Ordner, weil da ist alles drin. Da sind auch eure Bilder und Audiodateien und so weiter drin. Das ist natürlich dann ein bisschen groß wegzusichern, aber grundsätzlich empfiehlt es sich, das zu tun. Denn wenn ihr Version 10 hier jetzt drüber installiert und eure Welt startet, wird die Welt auf Version 10 gehoben. Merkt ihr, das Ganze läuft nicht, dann kriegt ihr diese Welt fast nicht mehr zurück auf Version 9. Ich habe jetzt gesehen, im Discord gab es Angebote, ein Support Ticket dort zu öffnen. Ich bezweifle aber, dass das komplett reibungslos läuft. Deshalb macht ein Backup von eurem Data Ordner, indem ihr sagt, kopieren oder in welchem Betriebssystem auch immer ihr seid. Ihr müsst diesen Pfad zur Seite kopieren. Sichert euch den in Backups oder wo auch immer hin. Ich mache es jetzt einmal hier. Das wird jetzt ein bisschen bei mir dauern, weil ich einiges. Ihr seht es 7 GB Musik und Audio Files habe. Das Ganze ist zur Seite kopiert. Dann macht ihr das Update auf Version 10, was ich wie gesagt in dem Installations Video noch mal zeige und könnt mit dem Backup jederzeit zurückgehen auf Version 9. Ja, wie ist eure Meinung zu V10? Habt ihr euch damit schon beschäftigt? Kennt ihr die Features schon? Ich selber werde auch noch ein Video machen, wo ich die kompletten Features, die aus User-Sicht wichtig sind, einmal durchgehe. Das habe ich bei Version 9 schon gemacht und sehr gut bei euch angekommen. Aber wie ist das so eure Meinung zur Version 10? Habt ihr schon eine ungefähre Idee, wann ihr umsteigen wollt? Wollt ihr bis Ende des Jahres warten oder wollt ihr direkt testen, wie das Ganze funktioniert? Ansonsten weitere Fragen und Anmerkungen wie immer in die Kommentare und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Ciao!